Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder Andreas, schön dass ihr da seid. Willkommen bei Tanzfinanzmagnet. Und heute mag ich mal, weil Karfreitag ist und Ostern jetzt, vor der Tür steht, mag ich jetzt mal, wenn ich gedacht mag ich mal einen Schokolading-Smoothie. Der besteht aus Vollmilchschokolade, Cashewkernen, Milch, Kokos und Bananen. Dann fangen wir erstmal an, schneiden wir jetzt die erste Banane. Und tun wir die Banane hier rein, in den Mixbecher. Darauf folgen dann die Cashewkerne. Dann die Kokosflocken. Und dann schneiden wir jetzt mal so ein paar Schokoladen davon. Und dann... Das ist Vollmilchschokolade. Das ist halt von Blockschokolade. Schnibbeli Schnabel, das machen wir jetzt hier. Schnibbel Schnabel. Schnibbeln. Ihr könnt die Schokoladen gerade feststellen. Also könnt ihr selbst festlegen, wie schokoladig das Smoothie werden soll. Und ich mache halt so mittel... Schnibbeln. 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 Das war's. So, ich denke, das reicht. Ungefähr so, ja, Viertel ist das jetzt abzickert. Und dann wollen wir jetzt mal die Schokolade hier reinfüllen. So, ich denke, das war's. Ja, ist halt alles hier ja, die Schokolade ist jetzt nicht schlimm. Dann tun wir jetzt die Milch da rein. So, blub, 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 blub. Und dann mixen wir das jetzt. Eins. Und dann noch mal zwei. Jetzt auf jeden Fall durch. Ja, das dürfen wir jetzt genug sein. Ja, das schmeckt, wie es schmeckt. Mixer beiseite. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Wie ihr sehen könnt. Und dann Prost. Prost, dann wünsche ich euch allen. Und dann schmeckt man jetzt mal das mal ab. Hm, sehr schladeig, sehr kokosmäßig. Ja, guck mal, schmeckt sehr gut. Kann ich Ihnen fehlen. Und dann, was ihr Video gefallen hat, dann hoch. Was nicht, dann runter. Und viel, wie es mir ihr gewünscht. Und was ihr gerne unterstützen wollt, dann lasst einen Daumen da. Oder abonniert mich. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne in meinen Shop vorbeischauen. Und dann noch was kaufen. Oder auch nicht kaufen. Je nachdem, was euch was gefällt. Ist mit Sicherheit auch was da für euch. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Und Frohe Ostern. Und chillt gut. Und entspannt gut. Schlemmt gut. Etc. Etc. Kuschelt gut. Keine Ahnung, was ihr da macht. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.